Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Das vierte Gebot der zehn Gebote befiehlt uns, den Sabbat-Tag zu heiligen, also nicht zu arbeiten am Sabbat, am siebten Tag der Woche, an dem Gott von seiner Schöpfung ruhte. Übrigens Samstag leitet sich von Sabbat ab. Der Samstag war eigentlich der letzte Tag der Woche und der Sonntag der erste Tag der Woche. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Aber was ist heutzutage? Sollen wir heutzutage als Christen den Sabbat halten? Und die Antwort lautet ganz klar nein. Und es wäre sogar falsch, es wäre lästerlich, den Sabbat immer noch eins zu eins zu halten im Neuen Testament. Und das werde ich dir in dieser Folge erklären. Es gibt eine sehr interessante Passage in Johannes Kapitel 5, Abvers 15, da heißt es, da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Vers 17, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nur noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Erstmal so viel zum Thema Jesus sei nicht Gott. Was für eine eindeutige Aussage aus der Bibel von dem Erzähler dieses Textes, der vom Heiligen Geist inspiriert ist. Aber der entscheidende Vers hier, wenn es um den Sabbat geht, ist Vers 17, wo es heißt, Jesus aber antwortet ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Mit anderen Worten, mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite auch. Wirke ist einfach nur eine veraltete Ausdrucksweise. Mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite auch, könnte man sagen. Also mit anderen Worten, Jesus selbst sagt, ich arbeite am Sabbat. Wow, könnte man jetzt denken. Jesus hat am Sabbat gearbeitet, er hat also den Sabbat nicht gehalten und wir lesen dann auch in Vers 18, darum suchten die Juden nur noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach und so weiter. Jesus hat den Sabbat gebrochen, Jesus hat am Sabbat gearbeitet. Warum hat Jesus dieses Gebot nicht gehalten? Nun hier ist das Ding, die Bibel sagt, dass der Mensch nicht um des Sabbatswillen geschaffen ist, sondern der Sabbat um des Menschenwillen. Warum? Weil der Sabbat eine geistliche Wahrheit symbolisiert. Der Sabbat hat eine symbolische Wirkung. Denn der Sabbat repräsentiert Errettung. Errettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn wir lesen dann in Hebräer Kapitel 4, Abvers 9, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn einfach bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zum Fall kommt. Also der Sabbat repräsentiert Errettung. Dass wir von unseren Werken ruhen. Dass wir eben nicht durch unsere Werke gerettet werden, sondern aus Gnade durch den Glauben. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist nicht aus unseren Werken, dass wir gerettet werden. Wir können nicht für unsere Rettung arbeiten. Wenn wir versuchen, für unsere Rettung zu arbeiten, wo kommen wir dann hin? In die Hölle. Genauso wie jemand, der am Sabbat gearbeitet hat, mit dem Tode bestraft wurde. Denn der Sabbat repräsentiert Errettung. Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Wir ruhen von unseren Werken, um gerettet zu werden. Wir arbeiten uns nicht den Weg zum Himmel, wir ruhen uns den Weg zum Himmel. Aber wer hat die Arbeit getan? Denn irgendjemand muss die Arbeit tun. Irgendjemand muss bezahlen. Nun, Jesus Christus hat gearbeitet. Wie wir gelesen haben, in Johannes Kapitel 5. Mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite auch oder ich wirke auch, wie es heißt. Jesus hat gearbeitet. Er hat den schweren Teil getan. Jesus musste am Sabbat arbeiten. Denn was repräsentiert der Sabbat? Errettung. Wir ruhen von unseren Werken. Wir ziehen in die Sabbatruhe ein. Wir ruhen von unseren Werken. Wir tun nichts für unsere Rettung. Aber jemand muss was tun. Jesus hat gearbeitet am Sabbat. Wir halten im Neuen Testament nicht mehr den Sabbat wortwörtlich oder anders ausgedrückt. Wir halten den Sabbat, indem wir ganz einfach gerettet sind. Durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus hat gearbeitet. Wir ruhen von unseren Werken. Aber wir halten den Sabbat nicht im wortwörtlichen Sinne, dass wir nicht arbeiten am siebten Tag der Woche. Das tun wir nicht. Wenn wir das tun würden, dann würden wir im Grunde genommen sagen, dass wir immer noch auf den Messias warten. Dass Jesus noch nicht gekommen ist. Also, dass Jesus nicht der Messias ist. Das, was wir eigentlich dadurch ausdrücken würden, würden wir immer noch den Sabbat wortwörtlich halten. Aber Jesus ist gekommen. Jesus ist geoffenbart. Und wir brauchen jetzt nicht mehr diese Symbolik. Denn die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 10, da heißt es ab Vers 9, dann fährt er fort. Siehe, ich komme, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Oder ich sollte ab Vers 8 lesen eigentlich. Oben sagt er Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer. Also all die zeremoniellen Ordnungen, all diese gottesdienstlichen Ordnungen, die einen symbolischen Charakter hatten. All die Opfer, die aufgezählt werden, die haben einen symbolischen Charakter. Niemand wurde durch Opfer gerettet, sondern wir wurden immer durch den Glauben an den Herrn gerettet. Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort. Siehe, ich komme, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Der Sabbat ist rein symbolisch. Der Sabbat repräsentiert eine geistliche Wahrheit, Rettung aus Gnade durch den Glauben, dass wir von unseren Werken ruhen und Gott die Arbeit für uns getan hat, Jesus Christus die Arbeit für uns getan hat. Und die Bibel sagt eindeutig, dass er das Erste aufhebt. Also gemeint sind im Kontext diese zeremoniellen Gesetze, diese Gesetze wie Tieropfer, wie Sabbate, wie Neunmondfeste. Das Erste ist aufgehoben, um das Zweite einzusetzen. Das heißt, im Neuen Testament halten wir nicht mehr diese symbolischen zeremoniellen Gesetze. Diese Gesetze, die haben auf Jesus hingedeutet. Sie waren ein Schatten der Dinge, die kommen sollten, von denen aber der Christus das Wesen hat. Jesus hat sozusagen einen Schatten auf das Alte Testament geworfen und durch den Schatten konnte man schemenhaft Jesus erkennen. Dieser Schatten hat schemenhaft auf Jesus hingedeutet. Die Menschen im Alten Testament wurden genauso aus Gnade durch den Glauben gerettet, aber das Evangelium war noch nicht zu 100% geoffenbart. Der Name Jesus war noch nicht zu 100% geoffenbart. Es war vieles noch im Verborgenen und das, was sie getan haben, die Tieropfer, die Sabbate und so weiter. Das hat alles auf Jesus hingedeutet. Deswegen halten wir den Sabbat nicht mehr im wortwörtlichen Sinne im Neuen Testament. Und ein weiterer sehr eindeutiger Vers, konkret wenn es um bestimmte Tage geht, ist Römer Kapitel 14, Vers 5, wo es heißt, in Römer Kapitel 14, Vers 5, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Also, willst du diesen Tag höher als den anderen halten? Mach das. Oder willst du alle Tage gleich halten? Mach das. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Aber zu sagen, wir müssen den Sabbat halten? Das ist blasphemisch. Du sagst im Grunde genommen damit, dass Jesus nicht der Christus ist. Dass Jesus, dass der Messias noch nicht geoffenbart ist. Dass du auf einen anderen Messias wartest, der aber der Antichrist sein wird. Jesus ist gekommen. Er hat damit das Erste aufgehoben, um das Zweite einzusetzen. Wir haben Jesus. Wir haben das Evangelium. Es ist alles geoffenbart. Wir brauchen nicht mehr diese gottesdienstlichen Ordnungen, diese zeremoniellen Gesetze des Alten Testaments, dass wir den Sabbat halten und so weiter. Das heißt nicht, dass der Sabbat sinnlos ist, dass er keine Bedeutung hat, sondern man könnte anders auch sagen, wie ich schon gesagt habe, dass wir den Sabbat sozusagen halten, indem wir eben aber ganz einfach gerettet sind, indem wir ganz einfach geglaubt haben an Jesus. Denn dadurch sind wir in seine Ruhe eingezogen. Und ruhen von unseren Werken. Jesus hat für uns gearbeitet am Sabbat. Er hat den schweren Teil getan. Er hat gesagt, es ist vollbracht, als er am Kreuz gestorben ist. Und er war drei Tage und drei Nächte in der Hölle. Hat in der Hölle auch für uns bezahlt. Ist auferstanden am dritten Tag. Jesus hat den schweren Teil getan. Und wir ruhen in seinem vollendeten Werk. Gott sei Dank hat Jesus alles für uns getan. Alles bezahlt. Für unsere Sünden bezahlt, dass wir in den Himmel kommen können. Gott sei Dank können wir von unseren Werken ruhen. Aber hier ist das Ding. Wenn du nicht zu 100 Prozent von deinen Werken ruhen willst, dann kommst du in die Hölle. Denn du kannst nicht durch, auch wenn es nur ein einziges kleines Werk ist, auf das du vertraust, du kannst dadurch nicht gerecht werden. Und deswegen wurde jemand im Alten Testament mit dem Tode bestraft, wenn er den Sabbat gebrochen hat. Weil es hier eben um die extremst wichtige symbolische Bedeutung geht, dass wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden. Jemand, der den Sabbat gebrochen hat, der hat symbolisch dadurch ausgedrückt, ich kann durch meine eigenen Werke gerettet werden. Ich bin selbstgerecht genug. Nun, deswegen wurde er umgebracht. Deswegen wurde er mit dem Tode bestraft. Da kann man sich denken, oh, das ist ja so eine harte Strafe. Aber Moment mal. Weißt du, was viel härter ist, wenn du in Hölle kommst, weil du auf deine eigenen guten Werke vertraust. Also der Sabbat ist symbolisch. Wir halten den Sabbat nicht mehr wortwörtlich im Neuen Testament, weil wir in seine Ruhe eingezogen sind, aus Gnade durch den Glauben. Jesus ist geoffenbart und die Bibel sagt eindeutig im Neuen Testament, dass wir uns nicht richten lassen sollen, wegen, es werden aufgezählt, Speisegebote, Trankopfer, Neumond, feste Sabbate. Ich habe den Vers nicht exakt im Kopf, aber wir sollen uns wegen dieser Dinge nicht richten lassen. Das heißt, niemand darf sagen, du liegst falsch, weil du nicht die Speisegebote hältst. Du liegst falsch, weil du nicht den Sabbat hältst. Wir dürfen uns deswegen nicht richten lassen. Diese Dinge sind abgeschafft im Neuen Testament, weil nämlich schon das ganze Evangelium Jesus Christus geoffenbart ist und wir brauchen nicht mehr diese symbolischen Gesetze. Das alles ist im Neuen Testament abgeschafft. Wir halten das nicht mehr. Wir sollen uns deswegen nicht richten lassen. Römer 14, Vers 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Der Sabbat ist eine wunderbare Sache. Er repräsentiert Errettung aus Gnade durch den Glauben und zeigt uns, gerade durch die Stelle in Johannes Kapitel 5 zum Beispiel, die ich euch zitiert habe eingangs, dass wir absolut gar nichts tun müssen, auch gar nichts tun können, um gerettet zu werden. Wer ist es, der arbeitet am Sabbat? Jesus Christus, der für uns alles getan hat. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen.